Jede Woche neue Hörbücher auf unserem Kanal. Abonnieren Sie unseren Kanal, klicken Sie auf die Glocke und erzählen Sie Ihren Freunden von uns. Unter unseren Abonnenten verlosen wir wertvolle Geschenke. Für Details sehen Sie die Beschreibung. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ich lade Dich herzlich zu einer kurzen, aber spannenden Reise ein. Es ist eine Reise zu Deinem inneren Kind, einem ganz besonderen Teil Deiner Psyche. Dieser Teil ist eng mit unseren Kindheitserfahrungen verbunden und repräsentiert unser ursprüngliches Wesen, unsere spontane und spielerische Natur sowie unsere tiefsten Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse. Unser inneres Kind beeinflusst uns auf vielfältige Weise. Es prägt unsere Beziehungen, unsere Karriere, unsere Fähigkeit, Liebe zu geben und zu empfangen und unseren Umgang mit Herausforderungen. Unabhängig davon, wie glücklich unsere Kindheit war, hinterlässt sie Spuren und beeinflusst unsere Wahrnehmung, unsere Überzeugungen und unser Verhalten. Manchmal sind diese alten Muster jedoch nicht mehr wirksam und relevant. Für Menschen, die eine schwierige Kindheit hinter sich haben, stellt sich das Leben oft als schwieriger dar. Ihnen fehlt das Urvertrauen und der innere Halt, der aus einer liebevollen Beziehung zu den Eltern und wichtigen Erwachsenen erwächst. Wurde unser inneres Kind verletzt oder vernachlässigt, können emotionale Blockaden, ein geringes Selbstwertgefühl, Ängste und Kommunikationsschwierigkeiten die Folge sein. Deshalb ist es für uns alle wichtig, unsere Kindheit zu reflektieren und eine Verbindung zu unserem inneren Kind herzustellen. Auf diese Weise können wir Verletzungen heilen, veraltete Überzeugungen ändern und uns Mitgefühl und Unterstützung geben, die uns früher fehlten. Dies fördert unsere persönliche Entwicklung und verbessert unsere Lebensqualität. Auf unserer Reise werden wir verschiedene Emotionen und Erinnerungen entdecken, die ein Teil von uns sind. Gemeinsam werden wir einige Methoden kennenlernen, mit ihnen zu arbeiten und sie anzuerkennen. Wir werden auch entdecken, dass das innere Kind eine Quelle von Kreativität, Spontanität und Lebensfreude ist. Indem wir unsere kindliche Neugier wieder wecken und uns für die Schönheit und Magie des Lebens öffnen, können wir uns selbst und anderen gegenüber mitfühlender und liebevoller sein. Als Pädagoge und Psychotherapeut habe ich viele Jahre lang Jugendliche, Frauen und Männer auf dem Weg zur Heilung des inneren Kindes begleitet. Dieses kurze Hörbuch habe ich als eine erste kurze Begegnung mit deinem inneren Kind gedacht. Du wirst eine Verbindung zu diesem Teil deiner Psyche aufbauen, wertvolle Einsichten in deine Bedürfnisse und Gefühle gewinnen und verstehen, woran du weiter arbeiten kannst. Fühlst du dich bereit, in dieser ersten Begegnung dein inneres Kind zu umarmen und den Grundstein für eine tiefgreifende Veränderung umzulegen? Dann lass uns diesen Weg gemeinsam gehen. Kapitel 1 Wo lebt unser inneres Kind und wie erkennen wir es? Was ist unser inneres Kind? Das innere Kind ist ein vielschichtiger Teil unserer Psyche, der alle Erfahrungen, Erinnerungen und Gefühle unserer Kindheit in sich trägt. Es wird oft mit unserem Unbewussten und unseren Emotionen in Verbindung gebracht. Das innere Kind ist eng mit unseren frühen, prägenden Erfahrungen verbunden, insbesondere mit dem familiären Umfeld und den Beziehungen zu unseren Eltern oder Bezugspersonen. Später spielen auch Interaktionen mit anderen wichtigen Personen eine Rolle. Dabei geht es sowohl um traumatische als auch um positive Erfahrungen. Das Konzept des inneren Kindes hat seine Wurzeln teilweise in Sigmund Freuds Konzept des Unbewussten. Später wurde es von Roberto Asagioli als Teilpersönlichkeit in der Psychosynthese erwähnt, während Fritz Perls in der Gestalttherapie das Konzept verschiedener Persönlichkeitseinteile entwickelte, die miteinander im Dialog stehen. Eric Bern, der Begründer der Transaktionsanalyse, spricht nicht nur vom inneren Kind, sondern auch vom inneren Erwachsenen- und Elternteil. Als Kind nehmen wir alles, was wir erleben, bedingungslos und als gegeben hin, sozusagen ungefiltert. Dementsprechend tragen wir alle Überzeugungen, Verhaltensmuster, Werte und Emotionen aus dieser Zeit in uns. Die Folge ist, dass unser inneres Kind die Welt wie eingefroren betrachtet. Es hat keinen Zugang zur Wahrnehmung der Erwachsenen. Aktuelle Ereignisse werden nicht so wahrgenommen, wie sie hier und jetzt sind, sondern so, wie das innere Kind sie in der Vergangenheit erlebt hat. Ein Mensch, in dem dieser Persönlichkeitsanteil aktiv ist, handelt automatisch und wie in Trance, indem er alten Verhaltensmustern folgt und erstarrt. Manchmal hindern uns diese Verhaltensmuster, Reaktionen und Emotionen daran, effektiv und authentisch zu sein. Die dunkle und die helle Seite des inneren Kindes Unser inneres Kind besteht aus verschiedenen Teilen. Es ist, als lebten in uns viele innere Kinder unterschiedlichen Alters, die die Welt unterschiedlich wahrnehmen. Diese inneren Kinder haben sich zu verschiedenen Zeiten in unserem Leben niedergelassen. Der Einfachheit halber schlage ich weiterhin vor, unser inneres Kind in zwei Teile zu unterteilen. Eine dunkle und eine helle Seite. Ein ähnlicher Ansatz wird zum Beispiel von der heute bekannten Buchautorin Stephanie Stahl vorgeschlagen, die von einem Sonnenkind und einem Schattenkind spricht. Der dunklen Seite des inneren Kindes widmet sich auch das Buch des amerikanischen Psychotherapeuten Stephen Wolinsky, der Methoden der westlichen Psychotherapie, östliche Philosophie und Prinzipien der Quantenphysik integriert. Die dunkle Seite unseres inneren Kindes repräsentiert die Aspekte unserer Vergangenheit, die uns verletzen. Es sind die schmerzhaften Erfahrungen, die uns geprägt und traumatische Spuren in uns hinterlassen haben. Diese dunkle Seite kann sich in Form von Angst, Unsicherheit, Wut oder selbstzerstörerischen Verhalten zeigen. Sie tritt häufig in Stress- oder Flick-Situationen auf und wird manchmal auch als Rückfall in die Kindheit bezeichnet. Hier ein Beispiel. Linda und Jan treffen sich in einem Café. Jan verspätet sich wegen eines Staus. Er vergaß aber sein Handy bei der Arbeit und kann Linda nicht über seine Verspätung informieren. So wartet Linda eine weitere halbe Stunde. Sie wird traurig und wütend. Sie hat das Gefühl, dass Jan sie wirklich nicht respektiert und es sich deshalb erlaubt, zu spät zu kommen. Alle Männer machen das mit mir, ärgert sich Linda. Ich bin nichts wert in dieser Welt. Ihre Kindheitsverletzungen wirken sich offensichtlich auf ihre Beziehung, ihre Stimmung und ihr Wohlbefinden aus. Im Leben fühlt sie sich oft unbedeutend, klein und verlassen. Was könnte der Grund dafür sein? Zum Beispiel versprach Lindas Vater ihr in ihrer Kindheit, am Wochenende in den Zoo zu gehen oder die Großeltern in einer anderen Stadt zu besuchen. Aber meistens wurden die Versprechen nicht eingehalten oder die Pläne geändert. Oder vielleicht waren die Eltern geschieden und der Vater hatte schon eine andere Familie und nicht genug Zeit für seine ältere Tochter. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine Neuigkeiten zu verpassen und an der Verlosung teilzunehmen. Ein anderes Beispiel. Jörg hatte einen anstrengenden Arbeitstag und nicht einmal Zeit zum Mittagessen. Außerdem erfährt er, dass sein Urlaub in Gefahr ist. In einem von ihm betreuten Projekt, das kurz vor dem Abschluss steht und an den Kunden übergeben wird, treten unerwartete Fehler auf, die es kurzfristig zu beheben gilt. Jörg geht in den Supermarkt, um für den Abend einzukaufen. Dort fährt ihm eine ältere Frau mit ihrem Einkaufswagen unbemerkt über den Fuß. Jörg ist wütend. Obwohl er sonst sehr höflich und positiv ist, bricht er in Schreie und Wut aus und erschreckt die arme Frau zu Tode. Jörgs Mutter und Vater haben in seiner Kindheit viel gearbeitet, sodass die Kinder wenig Aufmerksamkeit und Zuwendung bekamen. Später musste er viel Zeit allein verbringen oder auf seinen jüngeren Bruder aufpassen. Haben dann Kinder, die eine relativ wohlhabende Kindheit hatten, keine Probleme in Beziehungen? Das ist eine Frage. Man denke zum Beispiel an ein Starkind. Ein so verwöhntes Kind hat es später schwerer, mit Misserfolgen umzugehen und seinen Platz in der Welt zu finden. Oder an ein zu gutgläubiges Kind, das sich als Erwachsener in finanzielle Machenschaften oder unehrliche Beziehungen verwickeln lässt. Oder an einen attraktiven jungen Mann, der von seiner Mutter bewundert wurde und nun zu viel Aufmerksamkeit von anderen Frauen und Männern bekommt, aber Angst hat, sich Menschen zu nähern, einfach von ihrer Liebe erdrückt zu werden und deshalb immer wieder enge Beziehungen meidet. In meiner fast 20-jährigen Praxis habe ich viele Geschichten von Menschen gehört, die eine recht glückliche Kindheit hatten. Aber ihre gewohnten Einstellungen und Verhaltensmuster haben sie ähnlich wie traumatisierte Kinder belastet. Sie fühlten sich zeitweise unglücklich und suchten deshalb Psychotherapie. Alle Überzeugungen, die uns im Wege stehen und uns schaden, auch die, die mit einer glücklichen Kindheit und übermäßiger elterlicher Zuwendung zu tun haben, lassen sich also auf die dunkle Seite des inneren Kindes zurückführen. Was ist nun die helle Seite unseres inneren Kindes? Sie steht für die Neugier und Kreativität, die wir alle als Kinder hatten. Die helle Seite symbolisiert einen Teil von uns, der spontan und lebendig ist. Sie ist die Quelle unserer Träume, unserer Leidenschaften und auch unserer tiefsten Wünsche. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass sowohl die dunkle als auch die helle Seite des inneren Kindes Teil unserer Persönlichkeit sind. Indem wir uns mit beiden Seiten verbinden und liebevoll mit ihnen umgehen, können wir die Ganzheit unseres Seins erfahren. Beziehungen und das innere Kind Ein wichtiger Aspekt unserer Kindheit ist ihr Einfluss auf unsere Beziehungen. Es wird oft gesagt, dass es unsere inneren Kinder sind, die einen Schritt aufeinander zumachen, wenn wir unseren Partner oder unsere Partnerin zum ersten Mal sehen. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass diese inneren Kinder nicht nur mit ihren traumatisierten Anteilen interagieren, sondern dass auch ein intelligenter, aber nicht übermäßig strebhafter Erwachsener daneben steht. Nur dann kann die Beziehung wirklich glücklich werden. Die Verletzungen und Bedürfnisse unseres inneren Kindes können sich in unserer Beziehung manifestieren und bestimmte Muster und Dynamiken prägen. Verlassenheitsängste und Bindungsvermeidung sind einige Beispiele für diesen Einfluss. Unsere verletzten inneren Kinder können uns dazu bringen, bestimmte Verhaltensmuster in Beziehungen zu wiederholen. Wir können uns zurückziehen, weil wir uns nicht gesehen oder geliebt fühlen, oder wir können auf Zurückweisung mit Angst oder Wut reagieren. Diese Muster können zu Missverständnissen, Konflikten und Entfremdung führen. Oft ziehen wir auch Partner, Freunde oder Arbeitskollegen an, die ähnliche Wunden haben wie wir selbst oder unsere Eltern und andere traumatisierende Personen. Dann stellt sich heraus, dass der Partner uns die ganze Zeit vernachlässigt oder kontrolliert und so weiter. Ein Beispiel. Anna und David haben beide ein inneres Kind, das unter Verlustängsten leidet. Anna wurde in ihrer Kindheit von ihrem Vater verlassen. David erlebte den frühen Tod seiner Mutter. In ihrer Beziehung führt dies dazu, dass beide Partner unsicher sind und Angst haben, verlassen zu werden. Sie klammern sich aneinander und zeigen oft eifersüchtiges Verhalten, was zu Spannungen und Konflikten führt. Beide projizieren ihre Ängste aus der Vergangenheit auf die Beziehung und haben Schwierigkeiten, Vertrauen aufzubauen. Wenn einer dieser Menschen für kurze Zeit allein ist, fühlt er sich sehr unsicher, ängstlich und weiß überhaupt nicht, was er mit seiner Freizeit anfangen und wie er sein Leben organisieren soll. Ein anderes Beispiel. Wiebke mag ihren Kollegen Daniel sehr. Sie verstehen sich gut und er lädt sie am Wochenende zu einer Party ein. Zuerst stellt er sie seinen Freunden vor, dann flirtet er aktiv mit einem anderen Mädchen, das viel lockerer wirkt als Wiebke. Sie fühlt sich schüchtern, unauffällig und kennt dort niemanden. Am nächsten Tag bleibt sie mit Kopfschmerzen zu Hause. Ich bin unattraktiv und unwichtig im Vergleich zu anderen Frauen, denkt sie. Dann beginnt sie, Daniel bei der Arbeit aus dem Weg zu gehen und sie sprechen kaum noch miteinander. Auf der anderen Seite führt die Heilung unseres inneren Kindes zu einer Verbesserung unserer romantischen und anderen Beziehungen. Die innere Arbeit ermöglicht es uns, ehrlich zu uns selbst und zu unserem Partner zu sein, Verantwortung für unser eigenes Wohlergehen zu übernehmen, Mitgefühl und Verständnis für uns selbst und unseren Partner zu entwickeln und die Verletzungen und Bedürfnisse anderer besser zu verstehen und darauf einzugehen. Schließlich fühlen wir uns sicherer, liebevoller und erfüllter in unseren Beziehungen. Das innere Kind und Selbstwertgefühl. Zwei Begriffe, die eng mit dem inneren Kind verbunden sind, sind Urvertrauen und Selbstwertgefühl. Sie werden maßgeblich durch die frühkindlichen Erfahrungen geprägt und davon beeinflusst, inwieweit die Eltern die Bedürfnisse des Kindes nach Geborgenheit, Anerkennung und Autonomie erfüllt haben. Urvertrauen bezieht sich auf das grundlegende Vertrauen, das ein Kind in die Welt und in sich selbst entwickelt. Ein Kind mit einem starken Urvertrauen ist eher bereit, neue Erfahrungen zu machen, Herausforderungen anzunehmen und Veränderungen zu akzeptieren. Es trägt zur Entwicklung eines positiven Selbstbildes bei und beeinflusst den Erfolg im Leben. Das Selbstwertgefühl setzt sich aus einer Vielzahl unbewusster Überzeugungen über die eigene Person zusammen. Viele dieser Überzeugungen werden in der frühen Kindheit von den Eltern, engen Bezugspersonen und später von Lehrern und Gleichaltrigen übernommen. Sie können positive Überzeugungen wie, ich bin begabt oder ich kann erfolgreich mit Schwierigkeiten umgehen und um Unterstützung bitten umfassen. Aber auch negative Überzeugungen wie, ich bin wertlos, ich bin dumm oder ich bin hässlich. Diese Überzeugungen sind tief in unserem Gedächtnis und auf der körperlichen Ebene verankert. Manchmal vergessen wir sie bewusst, aber in Beziehungsprozessen werden sie wieder sichtbar. Selbst wenn wir eine relativ glückliche Kindheit hatten und von unseren Bezugspersonen unterstützt wurden, können wir an unseren Fähigkeiten zweifeln. Dann fällt es uns aber leichter, optimistisch zu bleiben, die Situation und unsere Möglichkeiten objektiv einzuschätzen und uns von Rückschlägen aller Art zu erholen. Zum Selbstwertgefühl gehört auch der bewusste Teil, der innere Erwachsene, der die Dinge objektiv betrachtet. Aber im Leben mischt sich unser verletztes Kind oft in die Angelegenheiten unseres inneren Erwachsenen ein. Nicht selten hört man dann Worte wie, ich bin mir bewusst, dass ich attraktiv und intelligent bin, aber tief im Inneren fühle ich mich klein und schwach. Je mehr wir daran arbeiten, uns mit unserem verletzten inneren Kind auseinanderzusetzen, es zu heilen, zu unterstützen und umzuprogrammieren, desto weniger wird es sich in die Angelegenheiten unseres inneren Erwachsenen einmischen. Stattdessen tritt unser helles inneres Kind in den Vordergrund, der Teil von uns, der fröhlich ist und positiv über sich selbst denkt. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Unsere Hauptziele in der Arbeit mit dem inneren Kind lassen sich wie folgt zusammenfassen. Die Heilung der dunklen Seite unseres inneren Kindes, die Förderung der positiven Seite unseres inneren Kindes, die Herstellung einer Zusammenarbeit zwischen unserem Erwachsenen und unserem kindlichen Teil. Dadurch entwickeln wir uns zu einer ganzheitlicheren Persönlichkeit. Kapitel 2 Die dunkle Seite unseres inneren Kindes heilen Lass uns nun die dunkle Seite deines inneren Kindes näher kennenlernen und verstehen, wie sich peinliche Kindheitserlebnisse auf uns auswirken können. Wie Kindheitstraumata unser Leben beeinflussen. Yvonne wurde heute von ihrer Chefin hart kritisiert. Plötzlich fühlt sie sich klein, unsicher und ängstlich. Vor ein paar Tagen hat die Chefin ihr ein dringendes Designprojekt anvertraut und die beiden hatten vereinbart, ein anderes Projekt um ein paar Tage zu verschieben. Offensichtlich hatte die Chefin diese Abmachung vergessen und wunderte sich nun, warum Yvonne so langsam arbeitete. Anstatt die Chefin an das Gespräch zu erinnern, fängt Yvonne an, sich vor der Chefin zu rechtfertigen. Sie denkt, natürlich bin ich schuld, ich bin dumm, ich arbeite zu langsam. Ihre einst feste und selbstbewusste Stimme wird dünn und unsicher, wie die eines Kindes. Später muss sie sogar auf der Toilette weinen. In diesem Moment fühlt sie sich wieder wie ein kleines Mädchen, das von den Erwachsenen wegen seiner schlechten Schulnoten hart kritisiert wird. Kindheitserfahrungen prägen uns tief und können langfristige Auswirkungen auf unser Leben haben. Scheidungen der Eltern, Umzug in eine andere Stadt, Verletzungen, Missbrauch und andere Ereignisse können Kinder traumatisieren. Aber auch weniger bedeutsame, aber regelmäßig wiederkehrende Situationen wie Vernachlässigung durch die Eltern, emotionale Gewalt oder Mobbing in der Schule, mangelnder Respekt vor den Interessen des Kindes können traumatische Auswirkungen auf die Zukunft des Kindes haben. All diese Erfahrungen beeinflussen unser Denken, unser Verhalten, unser Selbstwertgefühl und unsere Fähigkeit zu enger zwischenmenschlicher Kommunikation. Zu den häufigsten Auslösern psychischer Traumata bei Kindern gehören lange Krankheit. Zum Beispiel häufige Erkältungen, die den Kontakt zu anderen Kindern und den Schulbesuch erschweren. Chronische Krankheiten, die Schmerzen und Ängste verursachen. Oder Knochenbrüche und Verletzungen, die die Bewegung einschränken und zu Unsicherheit führen können. Gewalt und Zwang durch Erwachsene. Wenn Eltern im guten Glauben Druck auf das Kind ausüben, damit es ein anständiger und starker Mensch wird, es körperlich bestrafen oder anschreien, kann das Kind zu einer unsicheren oder aggressiven Person heranwachsen. Verrat und Täuschung durch eine wichtige erwachsene Bezugsperson. Von Scheidung bis zu ungerechter Behandlung in Situationen, in denen das Kind Hilfe braucht, kann dies zu Schuldgefühlen, geringem Selbstwertgefühl und Schwierigkeiten in der Kommunikation mit Erwachsenen und Gleichaltrigen führen. Mangelnde elterliche Zuwendung. Kinder, die nicht genügend elterliche Liebe und Fürsorge erfahren, haben als Erwachsene oft Schwierigkeiten, anderen Liebe und Fürsorge zu zeigen. Emotional instabile Eltern. Kinder, deren Eltern emotional instabil sind, können Schwierigkeiten haben, eine sichere Bindung zu entwickeln. Dies kann zu Unsicherheit, Ängsten und Problemen bei der Emotionsregulation führen. Darüber hinaus besteht ein erhöhtes Risiko, im späteren Leben psychische Störungen wie Angststörungen und Depressionen zu entwickeln. Ein instabiles Elternhaus kann auch das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen der Kinder beeinträchtigen. Alkohol und Drogenabhängigkeit der Eltern. Wenn die Mutter oder der Vater eines Kindes alkohol- oder drogenabhängig ist, ist das Kind fast immer auf sich allein gestellt und fühlt sich häufig für die ihm nahestehenden Erwachsenen verantwortlich. Solche Kinder werden später oft zu misstrauischen Menschen, die sich nur schwer an eine neue Umgebung anpassen können und dazu neigen, alles um sich herum zu kontrollieren. Zu viel Kritik, zu wenig Lob. Viele Eltern glauben auch heute noch, dass es schädlich ist, ein Kind zu viel zu loben. Kritik an den Unzulänglichkeiten und Fehlern des Kindes helfe ihm hingegen besser zu werden. Studien haben jedoch gezeigt, dass Menschen, die gutes Feedback erhalten, psychisch stabiler sind. Eltern sind wie der erste Spiegel, in dem ein Kind sich selbst, seine Unzulänglichkeiten und seine Talente sieht. Lass diesen Spiegel nicht schief stehen. Studien zeigen, dass für eine harmonische Entwicklung etwa fünfmal mehr Lob als konstruktive Kritik nötig ist. Der Tod eines nahestehenden Menschen. Der Tod eines nahen Angehörigen kann das ganze Leben eines Kindes und sein Weltbild verändern. Er kann dazu führen, dass es sich zurückzieht und in sich verschließt. Hier sind einige Anzeichen dafür, wie das verletzte innere Kind in unserem Leben aktiv wird. Sei ehrlich zu dir selbst und überlege, ob einige der folgenden Punkte auch auf dich zutreffen. Unangemessene emotionale Reaktionen auf Konflikte und andere problematische Situationen. Wenn wir uns beruhigt haben, fragen wir uns, warum habe ich mich wieder wie ein Kind verhalten? Was ist los? Minderwertigkeitsgefühle, Depression und Hilflosigkeit. Der innere Nörgler und der innere Kritiker, die jede Situation, die uns widerfährt, kommentieren. Die Neigung, Menschen Gedanken zuzuschreiben, die sie nicht denken, als wären sie unsere Eltern oder andere Personen aus unserer Kindheit. Unbegründete Ängste, zum Beispiel die Angst, etwas Neues auszuprobieren. Misstrauen gegenüber der Welt, der ständige Wunsch, alles unter Kontrolle zu haben. Eine kleine Kritik als Katastrophe empfinden. Schwierigkeiten, um Hilfe zu bitten oder Hilfe anzunehmen. Schwierigkeiten, anderen zu vertrauen. Die Tendenz, sich zu sehr an eine bestimmte Person zu binden oder in einem Partner jemanden zu sehen, der alle Probleme für einen löst. Ein Beispiel. Maria, die ich als Psychologe beriet, klagte über Schwierigkeiten in ihren Beziehungen zu anderen Menschen. Sie hatte eine Freundin, mit der sie viel Zeit verbrachte. Eines Tages sah sie plötzlich ein Foto dieser Freundin in den sozialen Medien, das von einem Ausflug stammte, zu dem sie nicht eingeladen war. Sie fühlte sich sehr schlecht und hatte sogar einen Streit mit ihrer Freundin. Maria dachte, ich werde nicht geschätzt und fühlte sich klein und schlecht. Was hätte Maria tun können, wenn ihr inneres Kind nicht verletzt worden wäre? Entweder hätte sie die Situation ignorieren können, da sie viele andere Freunde hat und wichtige Dinge zu tun hat oder sie hätte mit ihrer Freundin reden können, um herauszufinden, warum sie sie nicht zu einem gemeinsamen Ausflug eingeladen hat. Wahrscheinlich hatte die Freundin einfach keine Zeit, sie anzurufen oder sie wurde von ihrem neuen Freund eingeladen. Es gab viele plausible Gründe. Und wenn sich herausgestellt hätte, dass Marias Freundin tatsächlich nicht mehr mit ihr kommunizieren wollte, hätte sie sich ohne schlechte Gefühle oder Gedanken von ihr trennen und andere Freunde finden können. Erinnerungen an Kindheitstraumata drücken sich in Gefühlen und körperlichen Empfindungen aus. Ein qualifizierter Therapeut kann helfen, schwere Traumata zu überwinden. In leichteren Fällen können wir uns aber auch selbst helfen, indem wir mit unseren Überzeugungen und Glaubenssätzen arbeiten. Glaubenssätze aus der Kindheit, die wir viele Jahre in uns tragen. Als Kinder entwickeln wir wichtige Vorstellungen und Überzeugungen über uns selbst und die Welt um uns herum. Viele davon übernehmen wir von unseren Eltern, später auch von Lehrern und Erziehern. Diese tief im Unbewussten verankerten Überzeugungen werden zu Filtern für unsere Selbst- und Weltwahrnehmung. Erstaunlicherweise ziehen wir nur das in unser Leben, was mit diesen Überzeugungen übereinstimmt. Ein Beispiel für einen solchen Glaubenssatz ist, ich bin nicht liebenswert. Maria aus dem obigen Beispiel ist davon betroffen. Ein Mensch mit diesem Glaubenssatz sabotiert oft seine eigenen Beziehungen, vermeidet unbewusst Nähe zu anderen und neigt zu masochistischen oder selbstzerstörerischen Verhalten. Oder er wählt immer wieder Partner, die ihn nicht wertschätzen oder beginnt unbewusst, sich in Beziehungen so zu verhalten, dass der Partner ihn einfach nicht mehr wertschätzen kann. Ein weiteres Beispiel ist die häufig anzutreffende Überzeugung, ich bin nicht gut genug. Diese Überzeugung kann aus Erfahrungen entstanden sein, in denen wir das Gefühl hatten, den Erwartungen unserer Eltern oder anderer wichtiger Bezugspersonen nicht gerecht zu werden. Diese Überzeugung kann zu einem tief verwurzelten Mangel an Selbstwertgefühl führen und uns daran hindern, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Die Folge ist oft ein Streben nach Perfektionismus und übertriebene Ansprüche an sich selbst. Wer glaubt, immer zu versagen, fühlt sich ängstlich und unsicher und vermeidet es, Risiken einzugehen oder sich neuen Herausforderungen zu stellen. Wenn wir glauben, dass Liebe erst verdient werden muss, können wir uns unwürdig fühlen oder Schwierigkeiten haben, gesunde Beziehungen aufzubauen und Liebe anzunehmen und so weiter. Menschen, die dazu neigen, andere zu unterdrücken und ihre Meinung durchzusetzen, sind oft mit überheblichen und kritischen Eltern aufgewachsen. Andere Beispiele für solche Überzeugungen sind, ich bin schuld an der schlechten Laune anderer. Frauen sind böse und herrschsüchtig. Ich muss gehorsam und bequem sein. Die Welt ist ungerecht. Menschen sind nicht vertrauenswürdig. All diese Überzeugungen beeinflussen nicht nur unser eigenes Denken und Fühlen, sondern auch unsere Interaktionen mit anderen Menschen. Sie können zu negativen Verhaltensmustern führen, wie zum Beispiel dem Vermeiden von Konflikten, dem Aufopfern der eigenen Bedürfnisse für andere oder dem ständigen Streben nach Anerkennung und Perfektion. Eine weitere wichtige Komponente bei der Entwicklung der dunklen Seite des Kindes sind Bewältigungsstrategien für schwierige Situationen. Das Kind entwickelt Verhaltensmuster, die ihm helfen, damit umzugehen. Sogenannte Schutzmechanismen. Gerade diese Schutzmechanismen können später sein Leben zerstören oder zumindest erschweren. Schutzmechanismen, die wir als Kinder entwickeln. Als Leni klein war, nahmen ihre Eltern wenig Rücksicht auf ihre Meinung und erzogen sie nach dem Prinzip, Mama und Papa wissen am besten, was gut für dich ist. Sie konnte ihre Bedürfnisse und Wünsche nicht frei äußern. Die einzige Möglichkeit, nicht in die verhasste Musikschule zu gehen oder am Samstag nicht das Zimmer zu putzen, war, krank zu werden oder sich zu verletzen. Heute wirkt Leni auf die Leute sehr nett und zuvorkommend, aber man darf mit ihr keine wichtigen Termine oder Reisen vereinbaren oder sie um Hilfe bitten. Sie sagt trotzdem zu, aber im allerletzten Moment taucht immer irgendein Problem auf. Zum Beispiel fällt plötzlich eine Zahnfüllung heraus oder die Waschmaschine geht kaputt, was zu einer kleinen Überschwemmung führt oder sie steht auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch im Stau oder 15 Minuten vor einem wichtigen Telefonat vergisst sie es plötzlich. Das ist ihre passive Aggression. In Stresssituationen versucht ein Kind Verhaltensweisen zu entwickeln, die ihm helfen, schwierige Erfahrungen zu bewältigen, sich anzupassen und manchmal sogar zu überleben. Das Problem ist, dass diese Verhaltensweisen, die in der Kindheit nützlich waren, mit der Zeit ihre Wirksamkeit verlieren, wie Lenis Geschichte zeigt. Beachtet, dass ähnliche Verhaltensweisen unterschiedliche Ursachen haben können. Was für eine Person richtig ist, kann für eine andere Person ganz anders sein. Deshalb ist es wichtig, die Ursachen für die eigenen Probleme in der eigenen Kindheit zu suchen. An dieser Stelle möchte ich nur das allgemeine Prinzip des Schutzmechanismus erläutern. Bei der Verleugnung werden unangenehme oder bedrohliche Gefühle, Gedanken oder Erinnerungen aus dem Bewusstsein verdrängt und geleugnet, um die Realität zu verzerren und den emotionalen Schmerz zu verringern. Zum Beispiel sagt sich eine Person, die emotionalen Missbrauch erlebt hat, dass die unangenehme Situation nicht so schlimm war und dass sie die Situation vielleicht übertrieben hat. Durch die Verleugnung und Rationalisierung der eigenen Gefühle versucht diese Person, den Schmerz zu vermeiden und sich selbst zu schützen. Projektion ist ein Abwehrmechanismus, bei dem eine Person unangenehme oder unerwünschte Eigenschaften, Gedanken oder Gefühle auf andere Personen projiziert und ihnen zuschreibt. Zum Beispiel kann eine Person ihre Wut nicht wahrnehmen, aber andere, insbesondere den Partner, beschuldigen, dass sie zornig oder aggressiv sind. Bei der Rationalisierung versucht eine Person scheinbar logische und akzeptable Erklärungen für unangenehme oder inakzeptable Handlungen, Gedanken oder Gefühle zu finden. Einer meiner Patienten, Max, wuchs in einer Familie mit einem sehr autoritären Vater auf. Zur Strafe sperrte er seinen Sohn den ganzen Tag in ein Zimmer, beschimpfte ihn heftig und schlug ihn manchmal. Mama traute sich nicht, ihm zu widersprechen, um nicht noch mehr Ärger zu bekommen. Auch als Erwachsener versucht Max, das Verhalten seines Vaters zu rationalisieren. Er hatte eine schwierige Kindheit und wusste nicht, wie er es besser machen sollte. Indem Max die Handlungen seines Vaters rationalisiert, versucht er das schmerzhafte Gefühl der Zurückweisung und seine emotionale Belastung zu verringern. Rückzug. Ein Kind, das Vernachlässigung erlebt, distanziert sich emotional oft von anderen Menschen. Später fällt es ihm schwer, Beziehungen einzugehen und sich emotional zu öffnen, aus Angst wieder enttäuscht oder verlassen zu werden. Es zieht sich in seine eigene Welt zurück, um sich vor weiteren Verletzungen zu schützen. Kontrollbedürfnis. Das innere Kind kann ein starkes Kontrollbedürfnis entwickeln, um sich sicher zu fühlen. Als mein Freund Dirk zwölf Jahre alt war, starb sein Vater an Krebs. Jetzt versucht er, alles in seinem Leben bis ins kleinste Detail zu organisieren, um Unsicherheiten zu vermeiden und jede Situation zu kontrollieren, um Verluste oder Enttäuschungen zu verhindern. Und das gilt nicht nur für die übertriebene Sorge um seine Gesundheit. Wenn er verreist, plant er alles bis ins kleinste Detail, sodass er leicht den Zug verpasst und viele unnötige Dinge mit sich herumschleppt. Außerdem hat er große Angst vor dem Fliegen und fliegt am liebsten gar nicht, weil er die Handlungen der Piloten nicht kontrollieren kann. Es versteht sich von selbst, dass seine Freundin über dieses Verhalten manchmal sehr verärgert ist. Streben nach Macht Menschen mit dieser Abwehrstrategie fühlen sich oft von autoritären Eltern abhängig. Ich bin machtlos. Ich kann mich nicht gegen dich wehren. So dachten sie als Kinder. Jetzt projizieren sie ihren Machthunger auf ihre Umgebung. Solche Menschen versuchen, in zwischenmenschlichen Kontakten immer die Oberhand zu behalten, indem sie aktiven und passiven Widerstand leisten. Ein Beispiel für aktive Aggression ist offensichtlich, während das obige Beispiel von Leni ein Beispiel für passiven Widerstand ist. Perfektionismus Das innere Kind kann auch den Glauben entwickeln, dass es nur etwas wert ist, wenn es perfekt ist. Später versucht diese Person aus Angst vor Ablehnung und Kritik immer Fehler zu vermeiden. Er glaubt nur dann wertvoll und geliebt zu sein, wenn er alles richtig macht, hat zu hohe Erwartungen an sich selbst und auch an andere Menschen. Narzissmus Bei dieser Abwehrstrategie entwickeln Menschen ein übermäßiges Bedürfnis nach Bewunderung und Aufmerksamkeit, um ihre innere Unsicherheit zu kompensieren. Sie streben nach Macht, Erfolg und Anerkennung, um ihre Selbstwertprobleme zu überdecken. Diese Menschen können Schwierigkeiten haben, echte Empathie zu zeigen und sich auf andere einzulassen. Das gute Mädchen oder der gute Junge sein Menschen, die sich sehr bemühen, es allen recht zu machen und dabei sich selbst vernachlässigen, können sich selbst verlieren. Sie haben große Angst, ihre eigenen Wünsche zu äußern, um nicht zurückgewiesen zu werden. Wahrscheinlich erkennst du eine oder mehrere dieser Strategien in deinem Verhalten und im Verhalten deiner Bekannten oder Verwandten wieder. Das ist schon ein großer Schritt in Richtung Heilung und Harmonisierung deines Lebens. Wie der Heilungsprozess verläuft Nach den Erkenntnissen des Psychologen Aaron Beck neigt jeder Mensch dazu, bei der Wahrnehmung einer Situation bestimmten Mustern zu folgen. In jeder Situation gibt es eine Vielzahl von Signalen, aber die Person wählt nur eine bestimmte Anzahl aus und kombiniert sie zu einer Struktur, mit der sie die Situation konzeptualisiert. Wir interpretieren Ereignisse so, wie wir es in unserer Kindheit gelernt haben. Das geschieht unbewusst und automatisch. Die Sequenz sieht dann so aus Situation, die einen Auslöser enthält, Glaubenssätze aus der Kindheit als Filter, subjektive Interpretation der Situation, Emotion, Verhalten, basierend auf der Schutzstrategie. In diesem Muster liegt auch der Schlüssel zur Heilung. Durch Selbstreflexion, Akzeptanz und Veränderung dieser Elemente können wir unser Leben verändern. Indem wir die Auslöser identifizieren, lernen wir, unerwünschte Situationen zu erkennen und unser Verhalten besser zu kontrollieren. Wenn wir unsere einschränkenden Glaubenssätze und destruktiven Verhaltensmuster erkennen und liebevoll transformieren, alternative Verhaltensstrategien finden, geben wir unserem inneren Kind die Chance zur Heilung. Dies geschieht nicht über Nacht, sondern braucht Zeit, Geduld und Selbstmitgefühl. Der Heilungsprozess des inneren Kindes beinhaltet auch, dass wir unsere emotionalen Wunden annehmen und die Verantwortung für unsere eigene Heilung übernehmen. Wie das geht, wird im nächsten Kapitel beschrieben. Kapitel 3 Negative Glaubenssätze und Verhaltensmuster verändern Es ist wichtig zu verstehen und sich immer wieder daran zu erinnern, dass all unsere Verhaltensmuster und Überzeugungen nicht in Stein gemeißelt sind. Wir haben die Fähigkeit, sie zu verändern und uns von einschränkenden Überzeugungen zu befreien. Zuerst müssen wir die Wurzeln dieser Muster und Überzeugungen erkennen und verstehen, wie sie unser Verhalten und unsere Beziehungen beeinflussen. Für die folgenden Übungen brauchst du einen Stift, Papier und etwas Zeit an einem ruhigen Ort. Wenn du bereits ein Tagebuch führst, ist es am besten, wenn du deine folgenden Beobachtungen darin festhältst. Identifizierung von Glaubenssätzen, Auslösern und Verhaltensmustern unseres inneren Kindes Die folgende Übung soll dir helfen, dir bewusst zu werden, welche Glaubenssätze aus deiner Kindheit stammen und wie sie dein heutiges Leben beeinflussen. Übung 1. Eigene negative Glaubenssätze erkennen Schritt 1. Denk darüber nach. Gibt es in deinem Leben, besonders in deinen Beziehungen, immer wieder ähnliche Problemsituationen? Konzentriere dich dabei auf wichtige, aber nicht allumfassende Probleme. Ich werde oft wütend und streite mich wegen Kleinigkeiten. Meine Freunde hören mir selten zu. Oder bei der kleinsten Kritik fühle ich mich schlecht. Mir wird übel und meine Beine zittern. Das sind gute Beispiele. Beschreibe deine Situation am besten mit Ich. Das hilft dir, dich besser auf deine eigenen Gedanken und Gefühle zu konzentrieren und darauf, was du daran ändern kannst. Schritt 2. Überlege dir einige Beispiele für ähnliche Situationen und schreibe sie auf ein Blatt Papier, damit du sie später leichter wieder findest. Welche Handlungen, deine eigenen, die andere oder äußere Umstände haben zu diesen Situationen geführt? Welche Gemeinsamkeiten gibt es? Welches Verhalten oder welche Worte haben bei dir eine emotionale Reaktion ausgelöst? Wie genau hast du dich dabei gefühlt? Was hast du in dieser Situation über dich, andere oder die Welt gedacht? Was hast du getan oder gesagt? Schritt 3. Schließe deine Augen und versuche dich ganz fest auf das Gefühl einzulassen, das du in diesen Situationen hattest. Wenn du kein bestimmtes Gefühl hast, versuche einfach tief durchzuatmen und dich auf dein Problem zu konzentrieren. Frage dich dann, erinnert dich das an etwas aus deiner Kindheit? Denk an deine Beziehung zu deinen Eltern, zu deinen Lehrern oder zu einer wichtigen Person. Wie alt warst du damals? Wen hast du um dich herum gesehen? Was haben diese Menschen gesagt oder getan? Was hast du in dieser Situation gemacht und was hast du über dich und die Welt gedacht? Schreibe dann die Sätze und Gedanken auf ein Blatt Papier oder zeichne ein Diagramm mit dir und allen Personen, die an der Situation beteiligt waren. Schritt 4. Vergleiche nun diese Episode mit deinem heutigen Verhalten. Kannst du dein Verhalten einer deiner Schutzstrategien zuordnen? Überlege, welche einschränkenden Glaubenssätze aus deiner Kindheit stammen. Überlege, welche Gedanken und Glaubenssätze du als Kind über dich und die Welt hattest. Schreibe sie neben die symbolischen Figuren in deinem Diagramm. Überlege, wie diese Glaubenssätze dein Leben und dein Verhalten beeinflussen. Diese Glaubenssätze können dir als Beispiele dienen. Über sich selbst. Ich bin nicht genug. Ich bin dumm. Ich bin ein Versager. Ich bin unattraktiv. Ich bin schwach. Ich bin nicht liebenswert. Ich bin immer eine Enttäuschung. Ich habe nichts zu bieten. Ich verdiene kein Glück. Über die Welt. Man kann niemandem trauen. Frauen sind Betrügerinnen. Die Welt ist gefährlich. Die Menschen sind von Natur aus egoistisch. Geld ist die Wurzel allen Übels. Erfolg ist nur für wenige. Glück ist Zufall. Das Leben ist hart und ungerecht. Alle anderen haben es leichter als ich. Aus Beziehungen mit den Eltern. Ich bin schlechter als du. Meine Bedürfnisse oder Gefühle sind unwichtig. Ich werde immer versagen. Ich bin nicht liebenswert. Mein Glück hängt von anderen ab. Ich muss immer gehorchen. Meine Meinung zählt nicht. Ich werde nie gut genug sein. Glaubenssätze als Schutzstrategie. Ich muss immer der oder die Beste sein. Ich muss immer einverstanden sein und Ja sagen. Ich muss immer nett sein, damit ich geliebt werde. Ich darf niemanden enttäuschen. Ich darf keine Schwäche zeigen. Ich muss immer perfekt sein. Ich darf keine Fehler machen. Ich muss mich immer um alle in meiner Umgebung kümmern. Ich darf keine Hilfe annehmen. Ich darf nicht Nein sagen. Negative Glaubenssätze verändern Nimm die Liste, die du nach dieser Übung hast und wähle die Glaubenssätze aus, mit denen du arbeiten möchtest. Übung 2 Negative Glaubenssätze überwinden Schritt 1 Schreibe zunächst deine negativen Glaubenssätze auf. Dabei ist es wichtig, auf die eigenen Gefühle zu achten. Anstelle des Glaubenssatzes Ich bedeute nichts, könnte man zum Beispiel formulieren Ich bedeute sehr viel. Das ist aber in der Regel wirkungslos, weil viele von uns einen inneren Widerstand gegen solche Aussagen haben. Ich empfehle daher immer, den Satz behutsamer umzuformulieren. Zum Beispiel Für die Menschen, die mir am nächsten sind, bedeute ich etwas. Statt Ich bin in nichts gut, könnte man schreiben Es gibt Dinge, in denen ich gut bin. Zum Beispiel Statt Ich kann keine Fehler machen, könntest du schreiben Ich kann manchmal Fehler machen. Eine Technik, die dir dabei helfen kann, ist das Hinterfragen. Hinterfrage jeden Glaubenssatz, den du aufgeschrieben hast, kritisch. Frage dich, ob er wirklich wahr und hilfreich ist, oder ob er dich einschränkt und begrenzt. Suche nach Beweisen, die den Glaubenssatz widerlegen. Formuliere die Sätze ohne Nicht, im Präsens und in der ersten Person. Manchmal wird gesagt, es sei besser, wenn die neue Aussage drei, fünf oder sieben Wörter hat. Wie würdest du dann Sätze wie Ich muss mich immer anderen unterordnen umwandeln. Zum Beispiel Ich kann mich frei ausdrücken. Schritt 2 Lies oder schreibe diese umformulierten Glaubenssätze mindestens 21 Tage lang immer wieder neu, wenn nötig auch länger. Vielleicht möchtest du dazu ein Notizbuch führen. Stelle dir eine Situation vor, die für dich normalerweise problematisch ist und wie du dich mit dem neuen Glaubenssatz darin fühlen würdest. Stelle dir vor, wie dein Leben aussehen würde, wenn du diesen neuen Glaubenssatz bereits angenommen hättest und danach handeln würdest. Neue positive Verhaltensmuster entwickeln Eine weitere beliebte Technik ist das Umschreiben von Erinnerungen. Diese Technik erfordert ein gewisses Maß an Selbstkontrolle. Übung 3 Erinnerungen umschreiben Schritt 1 Stelle dir eine traumatische Situation aus deiner Kindheit vor. Aber beginne mit einfacheren Situationen. Zum Beispiel hast du als Kind die Lieblingsnippfigur deiner Mutter zerbrochen. Deine Mutter war sehr wütend und nannte dich einen bösen Jungen oder ein böses Mädchen, das nichts als eine Enttäuschung war. Jetzt hast du vielleicht Angst, andere Frauen zu beleidigen oder neigst dazu, dir selbst die Schuld für das Versagen, die Krankheit und die Probleme anderer zu geben. Schritt 2 Überlege, wie die Situation anders sein könnte. Verändere nicht dein eigenes Verhalten, sondern die Reaktion der Erwachsenen. In diesem Moment könnte zum Beispiel dein Vater oder eine andere Bezugsperson den Raum betreten und sagen, so ein Quatsch, eine Nippfigur, ich kaufe dir eine neue. Du könntest auch eine imaginäre Figur neben deine Mutter stellen, zum Beispiel eine Fee der Weisheit oder eine Fee der Güte, die deiner Mutter hilft, mit dem Problem gelassener umzugehen. Schritt 3 Wiederhole diese Übung so oft wie nötig, damit du dich besser fühlst. Es ist sehr hilfreich, wenn du deine Eindrücke aufschreibst. Schreibe eine Geschichte über deine neue Kindheit und füge Details und visuelle Bilder hinzu. Übung 4 Fantasiefamilie Dies ist eine erweiterte Version der vorherigen Übung. Sie ist besonders hilfreich, wenn du aus einer zerrütteten Familie kommst, aus einer Familie mit Suchtproblemen oder aus einer Familie mit nur einem Elternteil, die für dich zu dramatisch war. Gehe zurück in deine Kindheit und stelle dir eine imaginäre Familie vor. Denk an deine ideale Mutter. Wie sieht sie aus? Was macht sie? Was sagt sie zu dir als Kind? Wie behandelt sie dich? Wie reagiert sie auf deine Krankheiten, Schulprobleme und Sorgen? Wie unterstützt sie dich? Das selbe gilt für deinen idealen Vater. Stelle dir das Haus vor, in dem du gelebt hast. Denke an Geschwister und Haustiere. Mache diese Übung regelmäßig. Wenn du gerne schreibst oder zeichnest, empfehle ich dir, die Bilder festzuhalten. Ein Mädchen, das Freestyle tanzt, erzählte mir, dass sie ihre Gefühle und Ideen durch Bewegungen ausdrückt. Jeder hat seinen eigenen Weg. Finde heraus, was für dich am besten funktioniert. Umgang mit störenden Emotionen, die zu ineffektivem Verhalten führen. Eine der wichtigsten Aufgaben im Heilungsprozess von Kindheitswunden ist es, unsere automatischen Reaktionen zu stoppen. Selbst wenn wir die Ursachen und Auslöser für unser ineffizientes Verhalten erkennen, reagieren wir oft unbewusst auf diese Auslöser, ähnlich wie unter Hypnose. Dies ist besonders bei impulsiven Menschen der Fall. Hier sind einige Techniken, die dir helfen können, dein unerwünschtes Verhalten besser zu kontrollieren. Wer hat die Macht? Stell dir vor, du stehst vor einer schmerzhaften Situation und deine Emotionen kochen hoch. Das innere Kind übernimmt die Kontrolle und will so handeln, wie es immer handelt. Es ist nicht leicht, damit umzugehen, aber ein Teil der Macht liegt immer noch bei deinem Erwachsenen-Ich. Was sollst du also tun? Stelle dir zuerst die Frage, wer handelt gerade in mir? Wer hat die Macht? Diese Frage hilft dir, deinen inneren Erwachsenen zu aktivieren und zur Hilfe zu rufen. Ablenkung Wenn du merkst, dass die Emotionen hochkochen und du kurz davor bist, auf die übliche Weise zu reagieren, kannst du innerlich Stopp sagen, dich dreimal kneifen oder in die Hände klatschen. Wenn es die Situation erlaubt, wechsle zu einer anderen ungewohnten Aktivität. Mache zum Beispiel einen kurzen Spaziergang und zähle alle grünen Gegenstände, die du auf deinem Weg siehst. Atemtechniken Atme drei bis sieben Mal tief ein und aus und atme dabei in den Bauch. Zähle leise für dich selbst und versuche länger auszuatmen als einzuatmen. Das beruhigt das Nervensystem. In jeder Konfliktsituation kannst du innehalten und dir die Frage stellen, was ist mein Ziel und was werde ich erreichen? Was ist meinem inneren Erwachsenen in diesem Moment wichtiger? Meine Freundschaften und Beziehungen zu pflegen oder meine Grenzen zu setzen und meine eigenen Bedürfnisse auszudrücken? Was wäre in dieser Situation richtig? Verhaltensstrategien im Voraus überlegen Angenommen, du hast ein Familientreffen, das du nicht absagen kannst. Du triffst dort auf deine Cousine, die dich immer noch beleidigt und verspottet. Schon als Kind hat sie dich gehänselt oder sogar vor deinen Eltern und Fremden abfällige Bemerkungen über dich gemacht. Du kannst dich im Voraus auf ihre Bemerkungen vorbereiten, indem du eine Liste mit möglichen Antworten erstellst, einem Psychologen konsultierst oder einfach beschließt, ihr dummes und offensichtlich ungesundes Verhalten zu ignorieren. Übung 5 Perspektivenwechsel Wenn es die Zeit erlaubt, versuche die Situation aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Stell dir zum Beispiel vor, du steckst in den Hausschuhen deines inneren Kindes. Dann wechsle die Position und betrachte die Situation aus der Sicht deines Partners oder deiner Partnerin. Dann stelle dir vor, du bist ein neutraler Beobachter, der dich kaum kennt und alles von außen betrachtet. Nach dem Training brauchst du nur noch deine Vorstellungskraft. Versuche dich in die andere Person hineinzuversetzen und ihre Perspektive zu verstehen. Stell dir vor, wie du dich fühlen würdest, wenn du an ihrer Stelle wärst. Das kann dir helfen, Einfühlungsvermögen zu entwickeln und deine emotionalen Reaktionen zu mildern. Beispielsweise fühlst du dich von einer Freundin gekränkt, die dir rät, mit einem Mann auszugehen, den du unattraktiv findest. Wenn dein inneres Kind traumatisiert ist und sich hässlich und unattraktiv fühlt, denkst du vielleicht, sie will mir sagen, dass ich auch unattraktiv bin. Aber vielleicht findet deine Freundin diesen Mann viel attraktiver, als er dir erscheint. Oder sie sieht in den beiden nur zwei einsame Menschen, die eine Beziehung suchen, ohne hübsch oder hässlich zu sein. Potenziell beleidigende Situationen vermeiden Ja, auch diese Möglichkeit gibt es. Wenn du zum Beispiel merkst, dass du es mit einer schwierigen Person zu tun hast, die dich emotional berührt, kannst du dich immerhin weigern, dich mit ihr zu treffen. Genauso kannst du dich immer weigern, an einer Diskussion teilzunehmen, die du nicht führen möchtest. Denke daran, dass du die Entscheidungen triffst. Es kann auch hilfreich sein, einen sicheren Raum zu schaffen, indem wir unsere Gefühle ausdrücken und schmerzhafte Erfahrungen teilen können. Dies kann durch ein Gespräch mit einem vertrauten Freund, einem Therapeuten oder durch das Schreiben eines Tagebuchs geschehen. Indem wir unsere Gefühle und Erinnerungen anerkennen und ihnen Raum geben, entdecken wir selbst den Weg zur Heilung. Kapitel 4 Selbstfürsorge als Grundlage für die Heilung des inneren Kindes Akzeptanz und Mitgefühl Eines der wichtigsten Dinge bei der Heilung des inneren Kindes ist Akzeptanz und Empathie mit sich selbst. Das beschleunigt nicht nur den Heilungsprozess, sondern beseitigt auch die Gefühle von Schuld, Scham oder Enttäuschung. Sich selbst anzunehmen bedeutet nicht, sich mit den eigenen Schwächen zufrieden zu geben. Es geht darum, zu allem, was einem widerfährt, Ja zu sagen und ehrlich zu sich selbst zu sein. Ja, auch wenn du deinen Ärger noch nicht perfekt unter Kontrolle hast. Ja, solange du zu emotional bist. Aber du solltest dich auch auf deine Stärken und Erfolge konzentrieren, während du an dir arbeitest. Ja, ich habe meine schlechte Angewohnheit überwunden. Ja, ich bin kreativ. Übung 6 Die dunkle Seite des inneren Kindes akzeptieren Denke an eine Situation aus deiner Kindheit oder deinem Erwachsenenleben, die dein inneres Kind verletzte. Wir machten das schon in den vorherigen Kapiteln, aber jetzt ist es etwas anders. Konzentriere dich darauf, was du über dich selbst fühlst und denkst. Dann atme tief durch den Bauch ein und aus und sage zu dir selbst, Ja, mein liebes inneres Kind, alles ist genauso, wie du es siehst. Aber ich bin hier bei dir. Du kannst dir auch vorstellen, dass du Akzeptanz einatmest und all deinen Groll, deine Ängste und deine Bitterkeit ausatmest und loslässt. Nach und nach wirst du spüren, wie die schmerzhaften Emotionen dich verlassen und das innere Kind sich beruhigt. Diese Übung ist auch wirksam, um mit Schuldgefühlen und dem Gefühl, jetzt fängt es wieder an, umzugehen, nachdem du dich in einer sich wiederholenden Situation kindisch verhalten hast. Übung 7 Der innere Erwachsene tröstet das innere Kind Sprich mit deinem inneren Kind oder schreibe ihm einen Brief im Namen des Erwachsenen, der es tröstet. Als Inspiration kannst du ein Bild von dir als Kind oder ein Kissen, ein Stofftier, das du in Herzhöhe hältst, mitnehmen. Beginne ein Gespräch mit deinem inneren Kind. Streichle in Gedanken seinen Kopf und sprich mit ihm. Unterstütze es in Situationen, die es erlebt hat. Hier ein Beispiel. Mein liebes kleines Mädchen, ich weiß, wie sehr du leidest. Du bist wieder bestraft worden, weil du dich mit deinem kleinen Bruder gestritten hast und sie haben dich aggressiv und böse genannt. Sie haben dich nicht einmal gefragt, warum du ihn geschlagen hast. Es ist deinen Eltern egal, wie sehr du verletzt bist, weil er dir ständig dein Spielzeug wegnimmt und kaputt macht und wie sehr du dir wünschst, dass deine Mutter dir mehr Aufmerksamkeit schenkt, anstatt sich um diesen ungezogenen kleinen Jungen zu kümmern. Leider sind Erwachsene auch nur Menschen und wissen nicht immer, wie sie mit ihrer Wut umgehen sollen. Und nicht alle Eltern wissen, wie sie ihre Kinder am besten erziehen. Sie haben versucht, das Beste für dich und deinen Bruder zu tun. Hätten sie damals gewusst, wie du dich fühlst und wie du damit umgehen kannst, hätten sie versucht, sich anders zu verhalten. Du bist ein kluges Mädchen. Du bist eine tolle Schwester und ein wunderbares kleines Mädchen. Wähle für dich eine Situation, die dir wichtig ist und die dich schmerzt. Übung 8 Einen imaginären Beschützer rufen Jedes Kind braucht jemanden, der für es einsteht und es versteht. Das innere Kind ist keine Ausnahme. Auch wenn dir niemand persönlich einfällt, denke an eine imaginäre Person, die dir helfen kann. Meine Patienten benutzen verschiedene Bilder, die ihnen persönlich nahestehen. Es kann ein freundlicher, grauhaariger, weiser Mann sein. Oder eine liebevolle Erdmutter. Oder jemand aus deiner Familie, ein Urgroßvater oder eine Urgroßmutter, die du nicht kanntest. Oder ein Superheld aus dem Kino. Eine Patientin von mir verlor ihren Vater, als sie vier Jahre alt war. In schwierigen Situationen und Gesprächen stellte sie sich vor, wie er hinter ihrem Rücken stand und sagte, Ich lasse nicht zu, dass jemand meiner kleinen Tochter etwas antut. Für religiöse Menschen ist es hier leichter, sich das Gottesbild ihrer Religion vorzustellen. Du kannst einen solchen Beschützer zu einem Vorstellungsgespräch mitnehmen, wenn du mit einer unangenehmen Person sprechen musst oder ihn immer dann einladen, wenn du dich einsam fühlst. Stell dir die Person in deinem Rücken oder neben dir vor und wie sie dir hilft, dich unterstützt und beschützt. Selbstfürsorge praktizieren Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Selbstfürsorge. Das bedeutet, achtsam mit den eigenen Bedürfnissen und Gefühlen umzugehen. Nimm dir bewusst Zeit für dich, um dich zu entspannen, nachzudenken und auf deine innere Stimme zu hören. Finde Aktivitäten, die dir Freude bereiten und dir ein Gefühl der Erfüllung geben. Das kann ein Spaziergang in der Natur sein, ein Buch lesen, malen oder Sport treiben. Oft wird unser inneres Kind aktiv und launisch, wenn wir gestresst, überarbeitet oder hungrig sind. In solchen Momenten musst du dich selbst unterstützen. Nimm dir eine Auszeit von der Arbeit. Gönne dir ein Wellnesswochenende oder eine Reise in eine andere Stadt. Das bedeutet nicht, dass du deinem inneren Kind jeden Wunsch erfüllen musst. Aber es ist wichtig, dass du es nicht überforderst. Wenn es um Beziehungen geht, wenn du keine Lust hast, dich mit jemandem zu treffen, an einer Veranstaltung teilzunehmen oder jemandem zu helfen, der dir das anbietet, kannst du immer Nein sagen. Und drücke auch deine Bedürfnisse aus. Sag, dass du heute müde bist oder dass du lieber zu Hause bleiben möchtest, als eine Fahrradtour zu machen. Natürlich ist es wichtig, auf deinen Körper zu achten. Gesundes und leckeres Essen, Sport, bequeme oder schöne Kleidung und Wellnessbehandlungen tun ihm immer gut. Finde Aktivitäten, die dich glücklich machen oder dir Energie geben. Das kann eine Massage sein, ein Yoga-Kurs oder einfach nur das Betrachten eines Kunstalbums. Selbstfürsorge ist ein kontinuierlicher Prozess. Höre auf deine Bedürfnisse und gib dir die Erlaubnis, gut für dich zu sorgen. So förderst du dein Wohlbefinden und deine innere Balance. Kapitel 5 Die helle Seite des inneren Kindes entdecken und unterstützen Die Rolle des hellen Kindes in unserem Leben Es ist an der Zeit, die helle Seite unseres inneren Kindes zu entdecken. Sie hat die einzigartige Fähigkeit, uns mit Freude, Begeisterung und spielerischer Lebendigkeit zu erfüllen. Es ist eine Quelle purer Freude, die wir als Erwachsene oft vergessen. Indem wir den Kontakt zu unserem leuchtenden inneren Kind wiederherstellen, können wir diese Freude und Begeisterung in uns wiederentdecken und in unser Leben zurückholen. Unser inneres Kind ist der Hüter unserer Kreativität und Spontanität. Es besitzt die natürliche Fähigkeit, Dinge neu und unkonventionell zu sehen. Mit seiner Hilfe können wir unsere Kreativität entfesseln und neue Ausdrucksmöglichkeiten finden. Wir können uns erlauben, experimentierfreudig zu sein, ohne Angst vor Beurteilung und Bewertung. Dieser Teil in uns ist sehr neugierig. Wenn wir spüren, dass die alten Wege erschöpft sind und nicht mehr funktionieren, ist es dieser Teil, der uns hilft, Neues zu entdecken. Unser helles inneres Kind birgt auch eine tiefe innere Weisheit, denn es kann die Dinge so sehen, wie sie sind und nicht so, wie die Gesellschaft sie zu sehen lernt. Es ist mit unserer Intuition verbunden und kennt unsere wahren Bedürfnisse und Wünsche. Im Dialog mit diesem Teil von uns können wir auf unsere innere Stimme hören. Unser inneres Kind möchte, dass wir achtsam mit uns selbst umgehen und unsere Bedürfnisse erkennen und erfüllen. Und natürlich ist unser leuchtendes inneres Kind da, wenn es um die Liebe geht. Wenn wir unseren zukünftigen Partner oder unsere zukünftige Partnerin kennenlernen, ist es unser inneres Kind, das ihn oder sie als erstes erkennt und sagt, Ja, da ist er bzw. Ja, da ist sie. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Teil in uns kennenlernen und uns mit ihm anfreunden. Mit weiteren praktischen Tipps und Übungen können wir den Kontakt zu unserem inneren Kind vertiefen und seine positive Energie nutzen. Um die helle Seite unseres inneren Kindes zu entdecken und damit in Kontakt zu kommen, können wir verschiedene praktische Tipps und Übungen anwenden. Analog zur Liste der negativen Einstellungen kann man auch eine Liste der positiven Einstellungen erstellen. Setze dich dazu an einen ruhigen Ort, nimm ein Notizbuch zur Hand und erinnere dich an einige schöne Momente aus deiner Kindheit. Schließe für einen Moment die Augen und erinnere dich an Situationen, in denen du dich voller Freude und Begeisterung fühltest. Spüre dabei das Kribbeln in deinem Bauch, das Lachen und die unbeschwerte Energie. Dieses Gefühl gehört zu deinem inneren Kind, das darauf wartet, wieder geweckt zu werden. Vielleicht erinnerst du dich an einen lang ersehnten Ausflug in einen Vergnügungspark oder an ein Geburtstagsgeschenk oder an einen gelungenen Auftritt bei einem Konzert oder einem Quiz. Denke zurück und erinnere dich an so viele Details wie möglich. Versuche deine Gefühle und Gedanken von damals wiederzuerleben. Schreibe deine Gedanken von damals auf. So kann es sein. Das Leben ist leicht und fröhlich. Alles läuft gut für mich. Meine Wünsche gehen in Erfüllung. Meine Familie ist nah bei mir und liebt mich. Ich bin schön. Ich bin begabt. Ich habe viele Freunde. Und so weiter. Du kannst sie immer wieder lesen. Besonders, wenn du dich traurig und erschöpft fühlst. Versuche jedes Mal, diese freudigen Gefühle in deinem Körper zu spüren. Wenn du nun noch weitergehen möchtest, kannst du auch deine negativen Glaubenssätze auflisten. Zum Beispiel denkt dein inneres Kind vielleicht, dass es dumm ist. Aber sicher gab es in deinem Leben Menschen und Situationen, in denen das anders war. Vielleicht gab es einen neuen Lehrer in deiner Klasse, der die Dinge viel besser erklären und die Menschen besser einschätzen konnte als andere Lehrer. Oder vielleicht sagte dir dein Vater einmal, dass es nicht das Wichtigste ist, gut zu lernen oder Karriere zu machen, sondern seinen eigenen Weg im Leben zu finden und sich selbst treu zu bleiben. Oder vielleicht denkst du, ich bin zwar ungeschickt, aber ich tanze so gerne. Es macht mir so viel Spaß, dass es nicht auf die Details ankommt. Eine weitere Methode dir zu helfen. Ein Spaziergang mit deinem inneren Kind. Nimm dir die Zeit, um einen Spaziergang mit deinem inneren Kind zu machen. Gehe an einen schönen, wahrscheinlich unbekannten Ort. Während du gehst, versuche die Welt, als ob mit den Augen eines Kindes zu betrachten und Details zu bemerken, die dem Kind auffallen könnten. Selbst Werbung wirkt auf Kinder viel origineller und interessanter als auf Erwachsene. Kreativer Ausdruck Gib deinem inneren Kind die Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken. Male, schreibe, tanze oder singe. Lass deiner Fantasie freien Lauf und erlaube dir, zu spielen und zu experimentieren. Lege deine Lieblingsmusik auf und tanze, wie es dir gefällt, denn niemand kann dich sehen. Nimm dir mindestens zwei- bis dreimal pro Woche eine Stunde Zeit, um mit dem kreativen Teil in dir in Kontakt zu kommen. Die amerikanische Schriftstellerin Julia Cameron bezeichnet diese Technik in ihrem Buch The Artist's Way als Creative Dating. Du kannst auch verschiedene Formen der Kunsttherapie, des freien Tanzes oder der dynamischen Meditation nach Osho ausprobieren. Lass dein inneres Kind sich glücklich, geliebt und geborgen fühlen. Zum Abschluss schlage ich dir eine Meditation mit dem Titel Die Reise zu deinem inneren Kind vor. Diese Meditationsübung ermöglicht es dir, bewusst mit all deinen kindlichen Anteilen in Kontakt zu treten, sie besser kennenzulernen oder sogar wichtige Botschaften von deinem inneren Kind zu erhalten. Die Begegnung mit deinem inneren Kind Meditation Die Begegnung mit deinem inneren Kind Suche dir einen ruhigen, gemütlichen Ort, an dem dich niemand stört. Setz dich bequem hin und atme tief durch. Einatmen Ausatmen Einatmen Ausatmen Stell dir vor, es ist ein schöner Sommertag Du gehst einen Feldweg entlang Die Vögel zwitschern Eine leichte Brise streichelt deine Haut Und die Luft duftet nach Blumen und saftigem Gras In der Ferne siehst du eine kleine kindliche Gestalt am Wegesrand stehen Es wartet auf dich Als du näher kommst, stellst du überrascht fest, dass du es selbst bist, als du noch ein Kind warst Wenn ihr euch nahe seid, bleibt ihr stehen und schaut euch in die Augen Wie siehst du als Kind aus? Ist das Kind ruhig und fröhlich? Oder ist es vielleicht ängstlich, wütend oder zornig? Sprich zu deinem inneren Kind ermutigende Worte Finde es in deinem Herzen Sag ihm, dass du es so annimmst und liebst, wie es ist Und vergiss nicht zu sagen Ich bin immer für dich da Ich kümmere mich um dich, egal was passiert Du bist einzigartig Umarme es Streichle es Und halt es fest, solange du willst Vielleicht beschwert es sich über etwas Erzählt dir etwas Oder erinnert dich an etwas Sag ihm tröstende und liebevolle Worte Nach und nach wird es sich beruhigen Du wirst ein Lächeln auf seinem Gesicht sehen Und merken, dass es wieder weglaufen will Um irgendwo weit weg zu spielen Bei einer Schauke zu schaukeln Maikäfer im Gras zu suchen Schmetterlinge zu beobachten Blumen zu pflücken Oder Fahrrad zu fahren Und natürlich wirst du es liebevoll loslassen Wie es kluge Eltern tun Du bist in Sicherheit Aber wenn du mal wieder traurig bist Oder Angst hast Kannst du immer zu mir kommen Und mit mir reden Das Kind verabschiedet sich Aber bevor es geht Gibt es dir noch ein kleines Geschenk Das es mitgebracht hat Für manche ist es eine Blume Für andere ein seltsam geformter Stein Eine Weihnachtsfigur Oder ein Kinderspielzeug Manchmal auch ein Nagel Oder eine Nuss Oder etwas Ungewöhnliches Jedes Mal anders Du nimmst dieses Geschenk Und behältst es Es wird dein Symbol für Stärke Wenn du deine Kreativität Und neue Ideen wecken willst Erinnere dich daran Wie du es in den Händen hältst Und sie wird dir helfen Und dich mit Kraft und Freude erfüllen Das Kind ist schon weggelaufen Zum Spielen Du siehst es nicht mehr Wünsch ihm in Gedanken alles Gute Atme ein paar Mal tief durch Und gehe langsam in dein Zimmer zurück Strecke Arme und Beine aus Und öffne die Augen Du kannst auch ein Bild von dem Geschenk malen Das dir dein inneres Kind machte Oder vielleicht findest du eines Tages In einem Geschäft Oder auf einem Flohmarkt Etwas ähnliches Das du kaufen Und mit dir herumtragen kannst Schluss In diesem Hörbuch machten wir uns gemeinsam Die Bedeutung der Arbeit mit dem inneren Kind Wir erkannten Wir erkannten, dass unsere Kindheitserfahrungen Einen tiefgreifenden Einfluss auf unser Leben haben können Indem du dich mit einem inneren Kind verbindest und es heilst Kannst du alte Wunden und Verletzungen transformieren Und ein erfüllteres Leben führen Akzeptanz und Mitgefühl Der Schlüssel zur Heilung unseres inneren Kindes liegt in der Akzeptanz und dem Mitgefühl für uns selbst Wer sich selbst bedingungslos annimmt und liebevoll mit sich umgeht, schafft Raum für Heilung und Wachstum Wir lernten verschiedene praktische Werkzeuge und Übungen kennen, um mit dem inneren Kind in Kontakt zu kommen und es zu unterstützen Dazu gehören innere Dialogarbeit, Visualisierungsübungen, kreative Ausdrucksformen und Meditationen Diese Werkzeuge können dir helfen, eine tiefere Verbindung zu deinem inneren Kind herzustellen und es in deinen Alltag zu integrieren Langfristige Pflege und Heilung Die Heilung des inneren Kindes ist ein kontinuierlicher Prozess Sie erfordert Aufmerksamkeit, Pflege und Hingabe Indem du regelmäßige Rituale und Praktiken in deinen Alltag integrierst Kannst du die Verbindung zu deinem inneren Kind aufrechterhalten und seine Bedürfnisse erfüllen Ich möchte dich ermutigen, den Prozess der Heilung und Integration deines inneren Kindes vorzusetzen Und wünsche dir viel Erfolg und Glück auf dem Weg zur Heilung und Integration deines inneren Kindes Vielen Dank fürs Zuhören Das ganze Hörbuch finden Sie unter dem Link in der Videobeschreibung Um an der Verlosung teilzunehmen, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, dieses Video zu liken und einen Kommentar zu hinterlassen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal